So, das nächste Stück behandelt, das Mostrenken in Oberösterreich. Das habe ich ab und zu, übrigens, gut, bald, danke sehr für die Einladung, danke sehr K.P.Ö. Graz für die Einladung übrigens. Und das haben wir beide, wenn wir ab und zu den Stifterabend gemacht haben, habe ich dann bei der Rettergut Waldmann gerne über die Trink- und Essgewohnheiten von dem Adalberg Stifter und da passt es dann gerne. Und der Feder sozusagen ist der gute Geist des Dorfs, ja. Also der Feder vom Dorf heißt das Stück und der Feder ist sozusagen, der heißt nicht so, sondern das, in Oberösterreich sagt man, das ist der leibende Typ des Viertels. Und das ist der Leibende Typ. Ich habe dieetzt, ich verwechselte da jetzt gerade eine Melodie, das hat mir auch noch nicht passiert, aber ich bin da für, der sagt der Frau am Dorf, ich kann es euch ja vorlesen. Es geht nämlich, mit dem Heiraten wird nämlich eine gewisse Verwandtschaft, weil da sagt man dann auch immer, sagt er und so. Ja, dann wirst du das gar nicht in der Fähne, sagt er vor mir einfach. Nein, das will man jetzt nicht. Ja, bitteschön für ein nichtbestimmtes Stück. Aber, da sind die Kommunisten schuldig, das sag ich euch. Das kann ich jetzt nicht, aber das fällt mir dann noch ein, das tut mir echt leid, aber ich finde es auch super, dass das einmal passiert nach 25 Jahren. So, dafür sind jetzt ein paar recht schöne Gstanzl, damit ihr eine Gaudi habt. Ja, und ich hoffe jetzt wirklich, dass die Stimmung zum Ton anfangt. Und der Bach ist sie über die Strasse, aber ich habe ein Vieh schon vor die Bahn, aber gesagt, eine Kühe haben sie schwein. Und in der Fensterkeit, da, sieht man nicht so weit, als wir beim Tageslicht, wo man viel weiter sieht. Ich habe wohl weit gemacht, wieder tragen sie gar nie, jetzt habe ich sie dann tragen, aber fragt sie mich nicht, wie. Wenn das Leben knallert und schneit, dann bippt sie ihnen her und dass sie weder so bleibt. Wenn der Hund gesund ist, ist gesund für den Hund. Und wenn der Hund nicht recht gesund ist, ist nicht gesund für den Hund. Und wenn ich zum Tanzen gehe, tut mir keinen Fuß nicht, wenn ich arbeite, muss ich es ganz aus mit meinem Fuß. Jetzt bin ich über den See um mich geschwommen, flirrt mir eine braune Apel ins Gesicht. Hab ich mir mein Anorazismen, fürchtet euch nicht. Der Adam und Eva haben gewählt um einen Käfer und der Adam hat gewonnen und Eva hat gesprungen. Und der Pfarrer von Dunnis, den Hundlein von Dunnis, dass er nimmer so kann wie der junge Kobler. Wenn ich mir mein Anorazismen und wenn ich rande dich vor Not, dann streich ich mir in Arschblau an und pack's mir an. Aber Iber und Iber gehen an Scheiß, Heiß und Iber bis zum Jager in Doi, Rinderklederle in Doi. Und links ist ein Stahl und Wern ist ein Stahl und in links ist man's Brau und in Wern ins Salo. Und ein Automobil ist ein Automobil, kann man sagen, was man will, es bleibt ein Automobil. Und ein Automobil ist ein Automobil, kann man sagen, was man will, es bleibt ein Automobil. Und ein Automobil ist ein Automobil, kann man sagen, was man will, es bleibt ein Automobil. Und ein Automobil, kann man sagen, was man will, es bleibt ein Automobil. Und der Buchrecht wird, kann man sagen, das hoch dumb, kann man sagen. Die Füße sind keine Hände und die Nase sind keine Zehntel und Zehntel sind keine Nase und die Hunde sind keine Waffen und die Hosen keine Waffen und Graum ist nicht gesund und gesund, gesund ist nicht Graum und der Tisch ist kein Baum und der Baum ist kein Stuhl und Wein ist nicht viel und viel, viel ist nicht wenig und der Dreck ist kein Hennig und der Hennig ist kein Dreck und der Sport ist kein Speck und Speck, Speck ist kein Sport wir spielen auf der Karten, auf der Karten tun wir spielen und die Skiflite fahren, zünn und zünn, zünn fahren die Skiflite und die Neuen, die werden nirg'scheit, nirg'scheit werden die Neuen und hören wir auf mit dem Sport Applaus 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 Applaus